So, guten Morgen, liebe Baltic Fishing Zuschauer. Wir haben hier heute mal eine neue Episode vom Schlauchboottreffen in Bliesdorf. Heute ist Samstag, der 6.8. Und ich habe hier in Bliesdorf ein Schlauchboottreffen organisiert. Die Teilnehmer sind schon teilweise angereist. Es ist, wie gesagt, Samstag, 5.30 Uhr morgens, sehr früh. Die Sonne ist gerade aufgegangen, wie ihr am Himmel sehen könnt. Und ich bin ganz froh, endlich muss ich mal nicht aufbauen. Mein Boot liegt entspannt im Wasser. Auf dem Trailer habe ich es runtergefahren und ich werde jetzt gleich meinen Trailer hochholen. Dann können die Jungs, die hier aufbauen, einfach meinen Trailer nehmen und dann werden wir schnell ins Wasser huschen. Ich erwarte noch ein paar mehr Leute. Noch haben wir Potenzial. Da sind noch ein paar Jungs auf der Autobahn unterwegs. Ich habe gerade schon Whatsappen und so weiter bekommen. Ja, dann werden wir gleich nochmal eine Versammlung hier machen. Und da muss ich Startgelder noch einziehen. Ja, und dann werde ich gleich wieder reinschalten. Bis später. Geschäftiges Treiben hier allüber all. Mit Teppich ausgelegt. Bautenschutz-Matte. Das knallt nicht so. Keine schlechte Idee. Und wofür sind die Stehbolzen in der Mitte? Steht um die Ecke. Steht hier vorne. Unter der Klahne. Was? Sitze. Ah, okay. Ah, okay. Mit Sitzkiste. Aber dadurch verliert ihr natürlich ein bisschen Flexibilität im Boot, wenn das so fest ist. Ich habe letztendlich, du, ich habe hier schon so viel umgebaut. Ob das deine Sachen waren mit dem Brett an der Seite. Meine Sachen, habt ihr das gehört? Ein Jünger. Mit der Mittelkonsole. Ja. Aber wenn du flexibel sein, oder ich muss das Ding ja schieben, wird das irgendwann so schwer. Ja, ja. Wem sagst du das? Du. Da haben wir schon. Und hier ein echtes Karpfenboot. Hä? Achso. Oh, hier muss ich schon jetzt für mich. Die Dinger machen wir gleich noch. Das ist auch schön. Weil die kannst du nur her schieben. Ach, hier bei. Denn das fährt das aber nicht so ein bisschen locker. Für schwere Menschen. Was sind denn da so schön? So. Die sind noch nicht schwer. Hör mal in der Mitte und nachher kommen wir zwei immer noch hin. Die gehen nicht reinzuschieben, wenn das Boot richtig knall aufgepumpt ist, ne? Äh, geht. Ja? Sollte nicht so sein, aber... Also man kann die während der Fahrt oder so einfach noch nachlustrieren. So, mal gucken, was der Dennis hier macht. Sound ist hier. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Das ist auch für mich eine Premiere. Eigentlich nur aus so einer Bierlaune entstanden. Ähm, mit ein paar Verhandlungen mit unseren Sponsoren. Ähm, für Lieblingsköder habe ich ja, wie ihr alle wisst, einen sehr guten Draht. Die sind ja mal auf mich zugekommen. Das macht das Ganze recht komfortabel. Ähm, und Martins Angeltreff hat sich, wie ihr ja vielleicht alle gesehen habt, hat auch sehr engagiert. Da gibt es für den ersten Preis einen Gutschein über 60 Euro. Der zweite Preis ist einen Gutschein über 30 Euro. Und der dritte Preis ist ein Gutschein über 15 Euro. Die Gewichtung der Preise, nochmal für euch alle zum Hören. Ähm, der besonderste Fang ist der Preis eins. Mit besondersten Fangen meine ich, wenn hier einer mit dem Lachs ankommt oder mit einem Steinbutt oder ein Pollack, was weiß ich. Ähm, Sachen, die hier sonst so nicht sind. Thunfisch. Thunfisch gilt, ne? Thunfisch gilt auch, ja. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, wenn jetzt hier heute ausschließlich Dorsch und Plattfisch gefangen wird und einer kommt mit einer Makrele an, ist das natürlich der besonderste Fang, ne? Das muss klar sein. Ähm, das werten wir dann nachher, wenn wir fertig sind. Der zweite Preis ist die größte Menge der verschiedenen Spezies. Also idealerweise schafft ihr das, Dorsch, Plattfisch, Makrele, Hering zu fangen. Vielleicht noch ein Horni im tiefen Wasser, kann man die auch immer nochmal kriegen. Ähm, ja. Also sprich, Heringvorfächer und Makrelenvorfächer benutzen. Wattwürmer haben ja manche von euch bestellt, die habe ich auch da. Und, ähm, das ist wie gesagt der zweite Preis und der dritte Preis. Da habe ich echt ein bisschen überlegt, was machen wir da. Ähm, ich kenne ja die Treffen vom Bootsangler Club. Und, ähm, da geht sowas dann in die Gesamtjahreswertung ein. Und, äh, größter und bester. Und das ist mir eigentlich alles zu platt gewesen. Auch so abgedroschen. Deswegen haben wir das mal auf den schwersten Fisch heute, ähm, gemünzt. Ich habe eine digitale Kofferwaage dabei, die auf 10 Gramm genau wiegt. Ähm, ich sag ja, es ist Premiere für mich. Ähm, ich musste mit dem zurechtkommen, was ich habe. Ich brauche eine Briefwaage. Nee, eine Briefwaage brauchen wir hoffentlich nicht. Deswegen, ähm, müssen wir das heute mit einer digitalen Kofferwaage machen. Die ist aber schon ganz gut. Die können wir dann schön hochhalten. Da kann jeder gucken, was es wiegt. Ähm, das sind halt die Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Ich meine, wir sind ja mit unseren Schlauchbooten das Improvisieren gewohnt. Und, ähm, dem Trend folgen wir hier ganz normal. Das ist ganz klar. Ja, ich bin natürlich außerhalb der Wertung. Ich werde auch fischen. Ähm, Dirk möchte auch gerne fischen. Aber, ähm, unsere Fänge werden nicht in die Wertung eingehen. Ähm, Dirk habe ich heute... Wir wollen euch ja auch eine Chance lassen. Ah, da seid ihr. Sehr schön. Dirk habe ich... Achso, wir müssen uns nochmal vorstellen hier. Das ist Hauke und Willi mir, ne? Genau. Willi ist mir lieber. Wie bitte? Willi ist dir lieber? Genau. Okay. So sieht's aus. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Bei unser einer. Ach ja, genau. Dirk wird mich heute nur rumfahren. Ähm, ich werde euch alle abklappern auf dem Wasser. Ich finde euch schon. Und, ähm, ihr seid heute Teil des Baltic Fishing Channels. Da könnt ihr leider gar nichts gegen tun. Ich werde euch auf dem Wasser ein bisschen interviewen und mal Bilder von euch machen und so weiter. Und, äh, dafür habe ich mir den Dirk herangerufen. Der hat mich gefragt, ob er irgendwo mitfahren kann. Und dann habe ich gesagt, bei den anderen wohl nicht, aber bei mir kannst du machen. Und deswegen werden wir beide außerhalb der Wertung fischen. Ähm, du kannst auch unsere Fänge gerne heute mitnehmen. Ich filetier dir da schnell ab. Das ist kein Problem. Dann kriegst du das küchenfertig in deiner Ferienwohnung. Dann ist deine Freundin gut auch davor. So, hier sind eure Startpakete. Die Firma Lieblingsköder hat sich da engagiert. Und jeder von euch erhält pro Boot eine Tüte von jedem Typ hier. So, eins, zwei, drei, vier. Hier, wir haben also die Firetiger in 12,5, ja, die Mürchen in 12,5 und den Whisky in 12,5 sowie Mürchen in 10. Mürchen in, äh, siebeneinhalb, Entschuldigung. Mürchen in siebeneinhalb eignet sich sehr gut, um ihn auf einen 1,0er Haken am Beifänger zum Beispiel zu fischen. Wer da Lust drauf hat, das kann ich also empfehlen. Habe ich auch schon Erfolg drauf gehabt. Du bist auf meiner Liste als Erster. Weiter. Das ist dein Startpaket. Wunderbar, danke. Ähm, so. Dann, der nächste. Malte, das ist dein Startpaket. Ich sag gleich dran. Ja, genau, weg waren Sie. Das ist eins. So, Willi, das ist eins. Ich hab vorhin noch Blei dran. So, Dennis. Euer Startpaket. Amdi. So gut. Ja, dass ich gerade stehen sehe. So ein Startpaket. So, das erste Boot geht zu Wasser. Die sind sehr HTML. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So läuft das. So ein tolles Bild hier, oder? Ja? Völlig super. Kommt ihr auch ein bisschen dichter ran? Ja? Ja? Bis zum Ende der Bojen, ihr seht hier so eine Schneise. Maximal 8 kmh über Grund. Und bitte wirklich dran halten, das ist echt wichtig, sowohl beim Rein- wie auch beim Rausfahren. Gut. Dann erteile ich hiermit den Startschuss. Petri Heil an alle. Petri Heil. Zieht was raus und ich komm nachher mal rumgefahren bei euch. Schön, gerne. Na ja. Hast du? Dankeschön. Hier ist noch geschäftiges Rumgerödel. Das kenn ich auch. Schaubboot. Das ist immer Gerödel, ne? Auch wichtig. Das ist immer ein Gerödel. Das sieht doch gut aus. Sehr gut, Walter. Dann kommen wir mal ein paar Bilder ran. Ja. Auf geht denn? Ja. Dann kommen wir mal ein paar Bilder ran. Dann kommen wir mal das Auto hoch, bitte. Oder die Heckklappe zu. So, Petri Heil. Viel Spaß. So, und mein Boot wird auch gleich klar gemacht. Dann fahren Dirk und ich hinterher. So, und los geht's. Da ist die Bande. Da ist die Bande. Sehr schön. Der ist jetzt mehrfach nachgekommen. Das kennen wir ja. Von den Herren Gierlappen. Da ist er. Oh! Die Brandungsangler freuen sich. Küsschen. Tschüss. Schick, kleine Mutter. Moin, Männers. Moin. Na, wie ist es? Geht? Geht. Was heißt geht? Zwei kleine geht. Ja. Zeig mal. Habt ihr entnommen? Ja. Zeig mal den größeren. Am besten rückwärts anziehen. Ja, guck mal. Das ist doch schon schöner als wir. Bei uns gab es nämlich noch nichts zum Entnehmen. 20,5. Weiß man nicht. Wir waren jetzt auf 14 bis 16 Meter gerade unterwegs. Da hat es noch keine nennenswerten Aktivitäten gegeben. Es gab ein paar Echos, aber Gebissen hat auch nichts. Ja, sehr schön. So muss das. So muss das. Sehr gut. Sehr gut. So. Und wieso hast du immer noch kein Echo am Start? Sag mal. Keine Zeit. Ja, okay. Zum Winter. Ja, okay. Ich weiß ja, dass das wirklich so ist. Lass mal los. Ich halte uns fest hier. So, gut. Habt ihr schon andere Angler gesehen hier? Einen Schlauchis? Ja. Oder seid ihr die Einzigen hier weit und breit? Ne, der Andreas war die ganze Zeit neben uns. Ich glaube, der ist jetzt da hinten, ne? Ja, da vorne. Er hat aber auch nur zwei kleine. Okay. Gut. Ja, vier glaube ich schon. Wer? Was war das? Walter? Ne. Hauke. Hauke. Wo ist der? Die sind gerade rausgefahren. Ey, noch weiter? Ja. In ihrer 3,20 Meter Eierfeile. Boah, die sind so verfreakt, die beiden Jungs. Ja. Läuft? Wahnsinn. Dann seid ihr ja total erfolgreich. Das ist ja super. Ja, das ist ja fantastisch. Da geht schon wieder was. Hier der Live-Drill. Besser kann es ja nicht sein. Das ist ein Hänger. Das ist ein Hänger. Das ist ein Hänger? Ja. Fühlt sich nur an wie ein Drill, ne? Aber ist auch schön. Fangt ihr die alle auf Watty oder was? Ja, alle auf Watty. Tatsache? Ja. Ne, ne mit Duplette und Traum. Geil. Ja, das bedeutet ja, wir müssen jetzt auch gleich auf Watty umrüsten. Wir haben ja auch noch ein Paket für uns, ne? Scheinbar ist das heute der geheim Böder. Wir werden sehen. Das passt ja dann. Ich muss da gleich mal ein Naturködervorfach rausziehen. Und dann mal sehen, ob wir auch was bekommen. Bisher ist unsere Fischkiste leer. Ja. Sehr schön. Super. Der geht auch schon. Ja, der ist okay. Und Malte, wie bist du mit deinem nagelneuen Boot zufrieden? Traum. Wie das auf den Wellen liegt und wie schön man fahren kann. Ist toll, oder? Super. Auch bei dem Seegang ist gar kein Problem. Ne, ne? Und Platz ist Lebensqualität. Sag ich ja immer. Und man hat Platz. Es ist bequem. Ich bin begeistert. Herrlich. Jetzt muss nur noch mal die vordere Sitzbank raus und gegen sowas hier ersetzt werden. Ja. Dann kann er ein bisschen variieren. Ja, ja. Und dann habt ihr noch mehr Platz. Das wird noch weiterentwickelt. Ja, ja. Die Via Mare Boote sind auch echt gut fürs Geld. Ja. Für das Geld ist echt gut. Absolut. Absolut. Die sind top. Sieht man wirklich viel hier auch. Damit sind viele Leute hier unterwegs. Ja. Mal eben hinten die Slipräder dran. Dann kannst du schön, die sind ja auch leicht, kannst du schön am Strand reinschmeißen. Ja, dann seid ihr bisher hier unsere erfolgreichsten Fischer. Aber ihr seid auch erst die Zweiten, die wir interviewt haben. Das ist ja noch einfach. Ja. Gut. Petri Männers. Ja. Dann macht man noch weiter. Das machen wir. Ich denke mal, wir werden ein bisschen verkürzen heute. So wie sich der Wind hier aufbriest und die Wellen sich auftun. Das ist meine Entscheidung nicht. Aber ich denke mal, ich werde hier gleich noch ein paar mehr Leute treffen, die da bestimmt drauf Lust haben zu verkürzen. Aber das sehen wir dann noch. Super. Gut. Dann macht man erst mal weiter. Machen wir. Viel Petri noch. Ja, danke. Dann kommen wir ja gerade zum rechten Zeitpunkt. Ja. Ja, Petri. Sehr schön. Auf Gummifisch gefangen. Ja. Sehr schön. Was haben wir denn hier? 20. Ja, immer noch 19,4. Also nennenswert flacher ist das jetzt auch nicht gerade. Kehre rechts. Kehre rechts. Sehr gutes Wassertaxi hier, der Dirk. Moin Männers. Moin. Na, wie ist es? Ein paar. Ein paar habt ihr? Ein paar Dorsche? Zeig mal. Ja. 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 Was läuft bei beiden anderen? Also bei Andreas mit dem kleinen roten Boot läuft nichts. Bei Malte mit dem neuen Via Mare Boot. Ja. Da läuft es sehr gut. Plattfisch und Dorsch. Alles nur auf Naturköder. Und die beiden anderen, Dennis und sein Mitfahrer mit diesem anderen grauen Boot mit dem 15 PS Motor hinten dran. Die haben jetzt zwei oder vier, fünf. Jetzt glaube ich fünf Dorsche. Alles so in der Größe wie ihr auch da hattet. Ja. Ihr habt das sehr komfortabel da, ne? Wunderbar. Das sieht echt super aus da bei euch. Aber Zebter, ne? Zebter Boote. Wunderbar. Ja. Reicht. Top. Habt ihr Walter oder Hauke gesehen? Kann ich hier noch einer sein? Ja. Ansonsten? Da fahren wir mal hin. Das könnte Hauke sein da hinten. Und Walter, der ist glaube ich Richtung Kellnhusen raus. Den haben wir nie wieder gesehen bisher. Ja. Den muss ich gleich mal anrufen. Der hat ja nur so einen kleinen Lockenwicklerquill da hinten dran. Der braucht ja ewig bis er gegen die Welle zurück ist. Zurück, ja. Ja, ja. Ja, hab ich gesagt. Du bist der Einzige, der sich wirklich dran hält. Deswegen haben wir dich schon gesucht. Wie sieht's aus bei dir? Ja. Ja. Das ist doof. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ja? Ja. Super. Also wir haben jetzt bisher einen einzigen gehabt, den wir wieder reingeworfen haben. Ja. Ja. Und hier der, der... Das ist der Marcel. Ne. Mit dem neuen Via Mare Boot. Oh. Die haben wir. Mit dem... Was? Ja. Ich glaub der heißt Marcel. Ja. Die haben schon einiges. Alles auf Naturköder. Ja. Zieh uns mal dichter ran. Rückwärts zur Not. Rückwärts ist schwierig, ne? Ja. 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 Und es hat ja jetzt der Wind auch gedreht entgegen der Vorhersage auf Süd. Ja. Das ist schon recht kappelig geworden. Du wirst bestimmt Spaß haben beim Zurückfahren gegen die Welle. Wupp! Es gibt so einen Drehzahlbereich, den findet er nicht so toll. den habe ich beim schleppen im winter andauert ich musste hier mal unseren driftsack retten der hat sich einfach verabschiedet ja das war bei uns nicht sehr effektiv das passt schon sonst wäre ich auf die stellen gefahren wo wirklich gut besetzt wurde du meinst da wo das kleine netz gespannt ist wo wir drauf waren das ist gut das ist echt gut ja und der kleinste zeig mal den großen bitte das ist der große bitte hat mal richtig ins licht dass man ihn schön sehen kann also für den wittling ist das echt eine topgröße das ist echt ein super fisch wirklich petri ach dosche ja der wittling stimmt auch irgendwo noch um der ist aber klein kein vergleich zu dem eben ja die sind alle klein vorne links das ist nichts dickes da waren wir ein stück weit weg das war ja ich habe ja schon gesagt ich habe schon geguckt am wetter ich denke vielleicht ist das wir haben echt überlegt ob ihr das durchziehen stahl hart okay ich dachte schon wir sind hart wir sind lebensmüde ihr seid härter wir sind lebensmüde also viel weiter werden wir nicht mehr wir werden auch hier on on öff hier soll ich schon mal drauf drücken oder was ja genau hey Mario an kennst du was warte Gott 1,1 Kilo 910 Gramm naja das haben wir schon mal besser gesehen ich stehe mir vorwärts her auf dem Kutter 10 Gramm das ist schon mal feiner an da hätten wir noch einen Kilo wieder ja jetzt bisschen größer 910 Gramm nee ach deine Waage ist kaputt nee das ist geschehen das ist unter Watt oben drin die ist ja noch 910 beide 910 beide 910 jetzt komm das müsste der schwerer sein warte mal ja machen wir scheiße naja genau wenn der jetzt 920 hat ja dann muss er doch noch die Briefwaage rufen 970 950 950 der hat noch den 80 Gramm gleich ja nee nee können wir mal reingucken hat er den Wert der hat ja auch immer der ist auch immer der ist auch immer ich würde sagen der erste Preis geht an den großen Rücken das finde ich in in Relation zur Gesamtlänge finde ich das danke schön wenn ich das heute für den besten fange das ist der dritte Preis das ist der zweite Preis das ist der zweite Preis und dann haben wir hier den ersten Preis ne erster Preis ein Gutschein von Martinsberg über 60 Euro und dann haben wir den zweiten Preis der geht dann für die meisten Spezies das ist dann in diesem Fall Dorsch und Platten der geht an dich herzlichen Glückwunsch herzlichen Glückwunsch viel Spaß damit dankeschön herzlichen Glückwunsch herzlichen Glückwunsch und den vierten Preis den es eigentlich nicht gibt ja lass uns jetzt nicht laufen wir haben noch mal richtig 50 ja 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 das ist nochmal Lieblingsfühler sicher für 10 Teile selber engagiert an ich würde hier nicht und wenn ihr einverstanden seid dann geht erstmal das das eingangste Paket an Fauci und Willi für die Prachtstorsche, die gefangen wurden, als viertem Reich sozusagen. So, ein Starphone, ein Starphone, ein Starphone und ein Starphone. Somit haben wir quasi zwei Starter paketen. Herzlichen Glückwunsch von den beiden. War schön, dass ihr teilgenommen habt. Das für euch. Wer nun was nimmt, könnt ihr euch dann überlegen. Wir haben jetzt zwei Sets. Genau. Und jetzt habe ich noch jemals zwei Tüten übrig. Die gehen dann an den hier. Wer ist das? Dennis? So, guck mal, dann kriegst du auch noch ein Starter paket. So, das. Und das. Und noch ein Baby. Und dann, hatten wir noch was? Der hat noch nichts bekommen. Ja, jetzt. Trostpreise. Trostpreise. Ich brauche nichts für die Schneider. Sonst hat keiner mehr was gefangen, ne? Da war eine Schwunger wieder, ne? Ja, aber unser auch. Was soll ich? Gut. Wer hat jetzt noch nichts bekommen? Dann such dir bitte einen hier von aus. Sag mir, welche du haben möchtest. Ich bin einfach einen, ja. Ne, so, nimm jetzt. Nimm jetzt bitte. So, gut. Und, wen haben wir jetzt hier sonst noch? Andreas. Andreas. Du bist doch eh nicht so guckig verschwenden, oder? Ne, gar nicht? Ja, aber ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ja? Okay. Gut. Die sind echt gut. So. Was ist mit euch? Ihr habt noch einen. Ich muss ja noch mal reinsteigen. Ich möchte nicht rechnen. Ich krieg's noch die Freierfleiger. Gut. Vielen Dank für die Teilnahme, Jungs. Hat mir echt Spaß gemacht mit euch. Ja, vielen Dank für die Organisation. Vielen Dank. Ja, so schlimm war das jetzt nicht. Also, ich hab ja zu den Sponsoren bekanntermaßen relativ gute... ... 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